In keinem Land der Welt gibt es so viele Vereine wie in Deutschland. 40 Prozent der Rheinland-Pfälzer engagieren sich ehrenamtlich. Auch ich bin im Verein aufgewachsen und heute noch dort aktiv. Als Familienvater gebe ich das an meine Kinder weiter. Denn im Verein werden Kinder zu Persönlichkeiten. Hier lernen sie Respekt und Toleranz und erfahren ein starkes Miteinander. Dafür meinen Respekt. Diesen Respekt und die Anerkennung für das Ehrenamt wollen wir nach Mainz tragen.